Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Kannst du ja aussuchen, haben wir einen Marker? Ah, Zagabat. Durch den Heind. Muss ich mir sagen, links, rechts. Flieg mal jetzt nach Nordost. Aus der Heind weg? Rechts, weiter rechts, weiter rechts. Irgendwo in der Stadt. Reißt du die Moschee ab und landest da oder so? Was, abreißen? Wie? Warte einfach wieder, wie für Raketen. Zum Beispiel mit den Raketen, genau. Wie kann ich die anvisieren? Dein Ziel. Zielst da drauf? Ja, aber wenn ich ziele... Wenn ich ziele, dann bewegt sich der Heli. Weil meine Maus bewegt den Heli. Ja, das ist Sinn und Zweck davon. Das sind ungelenkte Raketen. Du musst übrigens wieder umdrehen. Okay, weißt du was? Ich lande das Ding jetzt und du fliegst es. Ich habe auch den Joystick nicht angeschlossen. Ist egal, du kannst es wahrscheinlich besser als ich. Jetzt, egal, flieg einfach. Warte, warte, warte. Das wollen wir sowieso wieder. So. Umdrehen. Nicht landen. Auto haben wir aus. Umdrehen. Los. Nein, ich gehe jetzt runter. Verschwendest Munition. Los. Das ist Munitionsverschwendung. Und wir landen. Boom. Ich habe auch kein Feuer bei gesehen. Und was geht da nicht? Du warst noch nicht auf dem Boden, aber hast es den Motor ausgemacht. Ja. Hättest du den Motor anlassen können. Ich habe in der Moschee eine prima Landezone gesprengt. Aber ich habe ihn gut gelandet. Das heißt, ich sollte jetzt nicht zurückkommen und da eine Landezone reinsprengen. Nein, bitte nicht. Das wollen wir doch mal sehen. Das wollen wir doch mal sehen. Irgendein billiges Ding, womit ich gerade fliegen kann. Ich müsste den hier mal anschließen. Kannst du es wie Neo machen und darauf setzen, dass die Qualität bei Logitech sich gesteigert hat? Ja, wo seid ihr denn? Wo bist du denn? Bei der Moschee. Ja, da war jemand hinter dir auf der Kreuzung, aber... Da ist noch mal weg. Wow. Ich bin auf der großen Doppelspurin jetzt bei dieser komischen, schadelistischen Zone. Versuch in die Moschee zu kommen. Unter Feuer. Ich vollziehe erstmal ein bisschen das Dach weg. Ich nehme Feuer. Ich nehme Feuer. Ich nehme Feuer. Ah! Ah! Ich habe dir nicht genug Hände für die ganzen Tasten. Warum bin ich tot? Weiß ich nicht. Ich habe überlebt. Ich weiß nicht wie, aber ich habe das überlebt. Bist du gestorben? Ich fahr jetzt den Inho von der Moschee, oder? Ja, ja, das sind Türen. Neo, hast du nicht zufällig irgendwie mal so einen Cyborg oder sowas gehabt als Joystick? Ja, der ist kacke, der ist kaputt. Ja, der kostet hier in meinem Computerladen 26 Euro. Der kann ja sowieso nichts tausen. Nein, hol dir den Logitech. Der geht irgendwann kaputt, aber... Neo findet den Cyborg scheiße, weil der bei ihm kaputt gegangen ist. Und stattdessen hat er sich den Joystick geholt, den ich hatte, wovon bei mir drei Stück kaputt gegangen sind. Ich finde den Logitech, der würde sich viel besser steuern, das ist der Cyborg. Das kann natürlich sein. Der wird nämlich nach außen immer schwieriger als schwerer zu dingsen. Das finde ich extrem gut. Weil der Cyborg ist nämlich... Innen ist er ganz stark. Sie sind kaum bewegen, nach außen muss er immer weichen. Aber du... Meinst du zufällig den Logitech Attack 3? Nein. Ne, das ist wirklich kack Version davon. Die hat keine Ruderachse. Du brauchst extrem 3D Pro. Ja, da liegt jemand. Ich finde hier nur... Ich finde hier nur X65 Pro und der kostet über 300 Euro. Das ist nicht für Logitech, das ist Cytec. Also weil... Der erste Sidewinder mit OSD, den hab ich... Würde ich mir Elden X455 holen? Nur den Salat. Ja, Sidewinder ist auch super, aber die gibt's nicht mehr. Die werden nicht mehr gebaut. Ja, der ist zu krass. Also meinen bring ich nicht kaputt, den hab ich schon seit... Meine Güte, ey. Ja, ich hab ein Modell für, ja, den Sidewinder mit Midi. Der ist auch klasse, der ist auch nicht kaputt, aber... Den krieg ich jetzt nicht mehr angeschlossen. Der Name kriegt Salz. Hey, die Moschee ist grün. Wir haben's geschafft. Sieg. Gewonnen. Inshallah. Viel ist vorbei. Auf die andere Straßenseite. Wo sieht es aus, da wo der Rauch liegt War der Meinung, dass hier auch ein Koffer liegt irgendwo, ich sehe den aber jetzt nicht mehr durch den Rauch Oh, Entschuldigung, gerade noch die Waffen verrissen Oh, ich habe deinen Koffer Wieso findest du da schon wieder rumrennen? Weiß ich nicht, waren hier Gegner? Ja Musst du dir wohl eingedertet haben Oh, ja, ich habe einen gesehen Wie heißt der Joystick, den ihr mir empfohlen habt? Logitech Xtreme 3D Pro X, 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 X Kein... Kein Computer-Hardware-Produkt ist nicht gut, wenn ich mir das in 3 X drin vorkomme Äh Enemy, Machine Gun, 200 Meter Oh, der kostet aber schon eine Ecke All, Target-Bad Machine Gun All, Target-Bad Machine Gun Oh, ja, gut, da habe ich ihn wohl... Ich habe ihn noch, äh... Ich habe ihn noch, äh... Ich kann ihn noch 2 oder 3 davon anbieten, die sind halt nicht schon ausgelutscht Naja, ausgelutscht ist nicht so mein Ding Das äußert sich halt daran, dass die Achsen... Nicht mehr ganz, das machen wir es nicht Powerfuck, Anime, Medium Range Ich bin ein Grinder, Niner, Zero, Zero, Zero Die wackeln schon in der... äh... Und wenn nichts macht's Die gräsen aus Aber wie weit haben wir schon gebraucht? Ja! Hey, hast du das, der da gestorben ist? Ja! Ist der Typ auf der Straße rechts noch... lebt der noch? Rechts, 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 rechts... Da du noch lebst... Verstehe ich nicht... Ah! Toll, warum kannst du da rausgehen? Nichts passiert und sobald ich zur Tür gehe, schlägt dir eine Kugel ein Könnte ich dir nicht sagen Glücklicherweise habe ich den Typ auf der... Überraschung! Gut, dass ich schnell... Gut, dass entweder ich schnell genug bin, beziehungsweise Name... Nicht schnell genug Zu langsam reagiert hat, ich schon den Haken geschlagen hatte an dir vorbei Ne, ich hätte nicht... Ich wusste... Also, mein Finger hatte sich schon verkrampft, aber ich konnte doch die Mord zur Seite wenden... Ja... Dass ich an dir vorbeigeschossen habe Das hatte ich bei... Das hatte ich vorhin bei Neo, als er vorbeikam... Das hat ja auch vollautomatisch, oder? Standardmäßig nicht... Also, ein Armer nicht... Sieg auf dem Dach! Das kann jetzt keinem das Feuer von da drüben... Ich geh wieder rein... Ich geh dir mal mal aufs Klo... Könnt mich denn ja reinziehen... Klar, dass du wieder auf dem Dach sterben musst... Ah, du wenigstens in der Tür... Hol dich... Da wird neben dir erschossen... Da... Neben mir... Ah... Er steht da oben... Ah... Name... Ich glaub, du kommst ja jetzt nicht durch... Ich fahr auch noch mit... Okay... Schau mal weg... Er ist der Teamleader... Ist wichtig, ne? Ja... Ah... Eier salzen... Ah... Ah... Da ist einer... Unten... Unter uns... Da feuert noch jemand... Geh rein... Oh, der war nicht present... Dir geht's gut... Ah... Einstürmen... Da ist er... Bin... Rein, schnell rein... Boah... Also die Arme... Der sieht... Der sieht ganz gescheit... Einfach den Speziale... Dann hol ich mir den beiseiten mal... Enemy fire... So, wie viele Kisten haben wir jetzt eigentlich schon? Eine? Oh Gott... Ist auch wieder da... Ja... Ich kann noch bei keinem spawnen... Dann kümmere ich mich da mal drum... Sag, wenn du spawnen kannst... Bei mir... Ähm... Oh... Kann schon... Na, ich bin nach Westen... Auf deiner Straßenseite in deinem Haus... Kann ich nicht? Sag, wenn du wieder kannst... Jetzt... Ja, hier ist auch grün geworden... Ist einer von nicht bei mir drin? Ja, siehs nicht... Jetzt kann ich auch nicht mehr... Jetzt kann ich auch nicht mehr... Bist du oben auf dem Dach, oder? Nein... Bin hinten raus... Das bin ich... Nicht schießen... Jetzt kann ich den Dach... So einschön, ich ergebe mich... Die Grafikeinstimmung... Gibt es halt... Echt so... Auf den ersten... 20 Metern... Sieht gut aus... Aber danach... Ich weiß... Was ist das? Ist grün geworden... Dann ist halt nicht mehr so... Dass man wie bei OFT... Einfach unterscheiden kann... Böser Kummonisch... Und guter... Planer... Weil alle geklohnt sind... Sondern... Da stellt jeder... Terrorisch... Wieder... Aus... 2... 2... Formation... Bei mir... Hab ihn... Reinflissen... Da schießt jemand von hinten... Kann nicht so wichtig gewesen sein... Hat aufgehört... Jetzt müssen wir ihn ab! in dem nächsten haus drin das so aussieht wie das wo wir hier vor uns zusammengeflickt haben koffer ja sag einfach mal in der himmel durch da wo ich bin nach osten ich komme gerade wieder ich glaube ich fahre mit dem fahrrad zum koffer ich glaube du bist am richtigen haus ja bist du gehörter ich bin ein haus weiter im osten neomann schau bist du wirklich behindert da bist du osten ist die andere richtung gibst du mir mal deckung hier die hauptstraße runter der osten ist da wo der daumen links ist ok ich renne rüber in das bürogebäude hinter dir ich bin drinnen oh kippe immer deckung moment sieht gut aus hier ok der war da zwischen den häusern wo wir her kamen nur angeschlossen gibt sperrfeuer zwischen den beiden häusern wo wir her kamen ja kommst du zu mir auf der hausdecke sind genau da ich seh dich hat mir die beine zerschossen kannst du dich bei mir heilen du hast meinen fahrrad ich kann mich selbst heilen ich mach das gerade mal wo bist du denn hinter dir ok kann wieder laufen ich habe keinen schritt mehr ich wollte die hütte hier sichern ich wollte die hütte hier sichern ich bin fern ich durch die türen komme ich gehe nach oben erster stock ein 2 fall back der der Seite hier ist gut Ich drinnen muss in dem Haus da irgendwer drin sein, da waren wir nämlich noch nicht drücken. Okay, das ist hier sogar grün, wir können weiter. Wir treffen uns beim Ausgang. Ah, daneben, ich bin wieder unten, wo wir reingekommen sind. Okay, wo gehen wir hin? Nach Westen, das nächste Quadrat ist auch grün. Neo, wo seid ihr? Ich glaube wir sind nach Osten, lass nach Osten gehen, da wird geschossen. Oh, innen. Geht nach Schnitzel. Target eliminated. Haben wir noch nicht grün? Was soll denn das? Ah, Koffer. Ich bin bis hier, umgekehrt. Ich such heute ab. Auch im selben Quadrat, wo ich bin. Nein, da war glaube einer um... Das ist dann da hinten. Gehen wir über den Markt. König, höre ich nicht, höre ich nicht. Das ist die Hauptstraße hier, was auf dem Feld und dem Markt. Ich denke, das ist eine gute Idee. Ich schaue mir an mir richtig. Ja, schau du so ein bisschen nach links. Da hinten läuft ein Motor. Ach, das ist die Moschee. Wir hatten da einen Launcher dabei. Dreh dich mal kurz ein Stück. Schön. Ich glaube, das ist ein Feind. Ich bin jetzt in der Garage gerannt. Steht gerade jemand von euch immer still auf der Straße rum? Name? Weiß gerade. Aber wir sind jetzt beide in eine Garage rein. Hä? Hä? Warum kann ich den nicht treffen? Der steht da rum? Ah, jetzt auf einmal. Die Hitbox ist irgendwie verschoben. Okay, die Richtung passt. Wir müssen jetzt gerade nach Westen. Äh... Komisch. Da war gerade einer, der hatte seine Hitbox. Ungefähr eine Person bleibt neben sich. Was ist das selbe? Das ist lag. Ne, ne, der stand. Das ist lag. Okay. Auch wenn er schon seit einer Minute stand? Kann ja immer noch lag sein. Die sinkt dann wohl eher. No. Ah, mein Quadrat ist gerade leer. Äh... Grün, meine ich. Und so. Stuff. MAKA! Schwupp. Graffi, triangulier mal. Hab zu tun. Was? Ich kämpfe mich hier mit Name vorwärts. Wir sind gleich beim 50er... MAKA! Ich bin jetzt schon beim 50er Marker. Jetzt werden wir die Straße runter. Eine. Null. Ah, die Straße runter um die Ecke. 25. Ich war mir nicht sicher, ob ich mich bewegen soll. Und dann von dir getroffen werde. Na ja.